Herzlich Willkommen auf Apologia, christliche Antworten. Ist die Bibel zuverlässig? Was ist die Trinität? Schöpfung oder Evolution? Kann der Islam stimmen? Oder ist Ostern wahr? Dieser Kanal beschäftigt sich mit diesen und anderen apologetischen Fragen und gibt christliche Antworten darauf. Der Kanal Apologia, christliche Antworten, ist der YouTube-Kanal der Apologia Homepage christlicheantworten.de, der Plattform für Apologetik im deutschsprachigen Raum. Hier auf diesem Kanal werden Inhalte veröffentlicht, die sich mit Apologetik, also mit der Verteidigung des christlichen Glaubens befassen. Und dieser Kanal ist der Ort, auf dem die Konferenzen Apologetik an Ostern und Apologetik am Reformationstag ausgestrahlt werden. Schau auch gerne die Kanäle der einzelnen Apologeten an, die hier auftreten. Unser Rettergott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2,4 Wir sehen uns.